40 Asking for directions Nach dem Weg fragen Excuse me? Entschuldigen Sie? Can you help me? Können Sie mir helfen? Is there a good restaurant around here? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Take a left at the corner Gehen Sie links um die Ecke Then go straight for a while Gehen Sie dann ein Stück geradeaus Gehen Sie dann ein Stück geradeaus Then go right for a hundred meters Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts You can also take the bus Sie können auch den Bus nehmen Sie können auch den Bus nehmen You can also take the tram Sie können auch die Straßenbahn nehmen You can also follow me with your car Sie können auch einfach hinter mir herfahren Sie können auch einfach hinter mir herfahren How do I get to the soccer stadium? Wie komme ich zum Fußballstadion? Wie komme ich zum Fußballstadion? Cross the bridge Überqueren Sie die Brücke Überqueren Sie die Brücke Go through the tunnel Fahren Sie durch den Tunnel Fahren Sie bis zur dritten Ampel Fahren Sie bis zur dritten Ampel Then turn into the first street on your right Then drive straight through the next intersection Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung Excuse me, how do I get to the airport? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? It is best if you take the underground Am besten Sie nehmen die U-Bahn Am besten nehmen Sie die U-Bahn Simply get out at the last stop Fahren Sie einfach bis zur Endstation Fahren Sie einfach bis zur Endstation Auf microphone Let's live Bye Bye Bye